Und herzlich willkommen mal wieder zu einem Abstimmungsvideo, zu einem Let's Test. Und als wäre es nicht schon nervig genug, ist es mal wieder unentschieden. Und als wäre es nicht noch nerviger genug, habt ihr wieder eine Woche Zeit. Und für die vielen, die es nervt, wir haben leider keine andere Möglichkeit in diesem Fall. Und es ist für uns auch nicht gerade schön, jede Woche noch mal ein neues Abstimmungsvideo zu machen, weil es unschieden ist. Und der Marcel möchte das jetzt alles erklären. Nein, ich erkläre es einfach. Nein, der Marcel erklärt es. Ja, super, danke. So, das Ergebnis war wieder mal sehr knapp. Es stand 11 zu 12 gegen einen Let's Test. Und dann kam, dann kam kurz, bevor wir gezählt haben, ein Zwölfter dazu, der für das Letztest war. Das heißt, es steht jetzt 12 zu 12. Und ihr habt bis zum, liest mal eine kurze Zeitspanne, da wir das drei Wochen euch Zeit gelassen haben, eine Woche Zeit, um hier bei diesem Video, also bis zum 27. Juli, um hier bei diesem Video zu liken oder zu kommentieren. Ja. Und ja, das stimmt sogar. Und da der Tobias wieder so viel geschwätzt hat, haben wir kaum Zeit, um noch mehr zu schwitzen. Wir würden uns gerne über so einen Let's Test freuen, äh, Let's Play. Wir würden es auch wieder vom Anfang an durchspielen. Und ja, dann sehen wir uns irgendwo anders wieder. Teilt dieses Video, wo ihr nur könnt. Ich kann es hier nochmal sagen. Und schreibt uns dann die Ergebnisse bei euren Teilen. Genau. Dann, ähm, bis zu irgendeiner, zu irgendeiner unserer anderen Videos. Eure Jungs von... Rrrr, SituLP.